Tut mir leid. Eben, siehst du gut, dass du reingehört hast. So. Zum Willkartner können sie schon. Die werden schwer. Noch leiser. Mach es auf 1 oder so. Äh, ja. Ich höre es dann einfach selbst nicht mehr. Yay. Ja, dann müsste ich es in Weiß mit Poteteleisen machen. Ist klar. Also du machst einen Kopf für die Leiter. Stimmt. Ne, höre noch immer nicht. Naja. Ja, du bist gleich, ich weiß. Im Game ist das etwas durch. All die armen Leute. Die vielleicht mal diesen Stream anschauen. Und einen Hörschaden haben wegen mir. Bitte. Gern geschehen. Lohnt sich die vorne. Es wird bei dir, ähm, bei OBS angezeigt. Was? Gibt es bei dir bei OBS eine Meldung? Wo eine Meldung? OBS? Unten links, äh, Gegner. Wo? Oben. Ey, nervig. Wollen wir gehen? Ja, bei der Drohne auch einer. Eben, ich gehe. Ich... Wir haben hier nichts Gutes. Die Drohne gibt, glaubst du auch nicht so viele Punkte. Vielleicht auf die? Ja, wo wir gehen? Dann hätten wir die früher machen sollen. Ich hab eigentlich gedacht, dass du die nicht unbedingt wühlst. Ich glaub, ich bin jetzt zu hell. Das sieht klein gern aus. Mhm. 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 Wir müssen... Es dauert hat eine Weile, bis wir alles Audio eingestellt haben. Und dann darfst du am Audio ingame nichts mehr verändern. Ah, ich weiß. Ich hab nie was verändert. Mhm. Die wird gemacht. Ablenk. Ah, okay, speziell. Äh, Spieler. Ja, du bist einfach weg, nicht mehr. Ich hab gesagt, ich geh zum Ablenk. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, die sind bei der Anlage. Wobei... 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 Ich hab dir gesagt, die sind gerade bei der Anlage. Oh, das soll ich zu tun? Nein, nein, nein. Alles geht's. Na ja, das wünsche ich auch nicht. Ja. Oh, deine Schilde. Naja, alles geht's. Ja, keine Schilde mehr. Alles geht's. Mhm, du? Sieht gar nicht gut aus. Alles geht's. Hm. Oh. Oh. Drittenstein. Oh. Da wird gerade was gemacht. Vielleicht bekomme ich noch Punkte für das, äh... Ja... Ich könnte in den Stein fallen. Kannst du versuchen? Wird gerade eh fast zerstört. Nur wahrscheinlich greifen die mich da mal. Aber ja. Oh. Ja. Ja. Irgendwas hat... Irgendwas gemacht. Okay. Diese Information. Irgendwas hat irgendwas gemacht. Ja. Ja, irgendwie... Ein spezieller Angriff, der mich erschrocken hatte. Aber nur einen Balken vom Schild weggenommen hat. Also ich bin in deiner Nähe. Ja. Ja, aufpassen. Zwei Gegner hier. Ja. Bei dem großen Stein. Ja. Ich auch nicht. Ich dachte, du willst den Stein stehlen. Ich versuch's. Ich bin dran. Oh, einer nimmt uns gerade den Ablenk. Danke fürs Ablenken. Ja. Okay. Äh, sie sind... Nein, hier. Die sind beim Ablenk. Oh, die sind beim Ablenk. Hm. Aber hier sind... Ah, nein, das sind die von vorhin. Die sind zwischen zwei Teams. Ja, ich seh's. Nein. Haferwelt. Zwischen mehr Teams. Mehr? Oh, ich seh's. Weg, 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 weg. Ich geh weg. Ich hoffe, ich bin dran. Wofür bei dir geht's? Ich habe gerade fleide. Hm? Ich habe gerade Spass. Ich geh... Mal in diese Richtung. Ich traue... Wenn dich irgendwas... Äh... Habe denn einen Tipp? Hm? Du... du kämpfst? Ja. Hat gerade Spass gemacht. Ich habe halt eine doofe Waffe. Oh. Ach, das war... Oh, bei mir sind zwei. War eine doofe Idee. Können die mich mal aufhören zu verfolgen? Das ist mega nervig. Ich habe leider keinen Schimmer, wo du bist. Ja, ist gut. Ich sterbe wahrscheinlich. Weil die mich hier zu Tode verfolgen. Ich kann das so nicht haben. Oder mehrere... Sehr sture... An mir dran. Hm... Mega nervig. Naja. Sonst bin ich mir hier auch nicht gewöhnt. Gut, sie treffen mich gerade nicht mehr. Du hast das überlebt. Ja... Ich hoffe, die sind nicht mehr bei mir. Ich komme in deine Richtung. Äh... So gut zu gehen. Das wäre nicht mehr verfolgen. Das meine ich mich noch verfolgen. Was? Meine verfolgen mich glaube ich nicht mehr. Ja, meine auch nicht mehr. Ich hasse solche Leute. Ich könnte mich dann gerne verfolgen, wenn ich eine bessere Waffe habe. Ja. Ja, leider haben wir wieder viel zu viel Zeit vergeudert. Hm? Ja, eben. Ähm... Du bist... Ich schaue ja gerade auf den Web. Ah, ich bin in der Nähe von dem. Wollen wir auf den gehen? Ja. Ich habe hier noch einen kleinen Stein. Ich habe hier noch einen kleinen Stein. Ich habe hier noch einen kleinen Stein. Ich hoffe, man hört das Game nicht so wie ich. Ich höre es etwas speziell. Ich höre nur die Voicelines und Schüsse. Okay, solange du die Schüsse hörst, ist schon mal gut. Ja. Und ja... Nein, ich meine, ich bin mir nicht sicher. Meine höre ich, aber die anderen... Okay. Ja. So, ich komme zu deiner Anlage. Bestimmt Anlage. Ich bin noch hier herumgetrampelt. Dann ist mir angefangen, ach ja, die Anlage. Das will ich tun. Tschüss. Ich bin mit Treibstoff. Anlage. Ja. Ja, deine habe ich jetzt nicht gehört. Ja, nur meine. Und auch mega komisch. Aber es stört mich nicht. Außer es wäre jetzt irgendwie ranked oder so. Oder in Overwatch. Dann hört man nicht, wenn sich jemand anschleicht. Oh Gott, es ist besser die Roboter, wenn sie sich am halb durchfinden. So, ich beschütze dich. Oh, das sieht gut aus. Oh, das sieht gut aus. Facility now powered and operational. Hier ist noch ein Crate drin. Ja. Hier ist noch eine Anlage. Oh, hier! Toll, ich kann mir bald die Schätze anholen. Vielleicht finden wir noch einen guten Stern auf dem Weg. So, jetzt kannst du dir. Oh, danke. Ich sag dir, hier ist noch ein Crate. Schätze genommen. Schätze genommen. Schätze genommen. Du gehst halt leider total in die Frage. Ja, ich weiss. Ist in Ordnung. Ich habe gerade einen Stein versucht. Kannst du zu mir kommen? Äh, ja. Er verfolgt dich noch, aber so kann ich dir halt wirklich nicht helfen. Ja, ich komme. Haben ihn gleich. Ich habe ihn. Nein, ich darf nicht beleidigen. Ich nehme den Stein. Oder auch nicht. Ich beschütze dich. Irgendwie. Ist das dein Fahrzeug? Nein. Nein? Okay. Willst du dir ab links holen? Ja, hol dir ab links. Die werden gerade nicht geholt. Hier ist ein grosser Stein. Ja, glaube ich. Mach den. Super. Brücke. Nein, ja. Nicht wieder herunterstützen. Ja. Diese doofen Speier. Ah, die sind... Uhhh. Ups. Die sind nervig. Oh! Soll ich dir helfen? Nein, das bringt nichts mehr. Sicher? Ja, das bringt nichts mehr. Also von dem Viech oder... Ja, ja. Nur Viecher. Das ist gut. Oh. Tut mir leid. Hm. Ah, sie kommen hier. Das ist mir zwar auch schon passiert. Von daher. Schade. Ah, nein. Ich drehe noch mal. Ah, nein. Ich drehe noch mal. Sechs Sekunden wären es noch gewesen. Ah, ja. Dann gibt es halt. Oh. Oh. Bis jetzt war niemand hier, hat das Ding niemand eingenommen. Und jetzt spiele. Hm. Genau jetzt. Oh, zwei. Hm. Scheiss. Eh, nee. Ich schaff's nicht. Ja, dann geh ja. Nein, ich mein Allgemein. Ich bin wahrscheinlich down. Ja. Sehr gut. Ja. Mein Problem ist, ich kann auch nicht... Ich bin so nahe. 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 Ja. Ich nehme an, die gehen jetzt gleich dorthin. Ah, ich will sie nicht... Ich will mein Ding... Ah, dort! Ah, dort! Ja, stimmt. Hm. Hm. Hat mir schon bessere. Hm. Und irgendwie ist das gerade schwer zu punkten. Ja. Ja, wir haben wieder viel zu viel unterschiedliches gemacht. Abling... Ja. Es hat jetzt mal so, wenn wir nicht uns auf... Ja. Gut, wollen wir Steine. Gehen wir auf Steine. Ja. Ich zumindest. Ich muss zuerst mein Teil holen. Ja. Also die sind wahrscheinlich nach Ford. Ja. Auf dem Weg kann ich noch einen Ablink mitnehmen. Und... Verschüssebehörde. Ja. Mein Teil ist halt hier. Hm. Ich könnte jetzt zwar den noch machen. Ich weiß, es bleibt noch, aber... Ich bin gerade egal. Ah! Ah! Sind das wieder mehrere... Nerven ganz schön. Ah. Böse. Böses Viech. Gibt mir ganz schön viel Schafen. Hm. Ja, gut. Die sind nicht mehr hier. Oder es würde mich... Ja, der Ablink ist auch weg. Das hätte mich jetzt gewundert. Ja, eben. Hätte mich... Genau weg. Hätte mich gewundert. Oh, ihr doofen... Kacknasen. Mhm. Oh. Irgendwie... Ich habe irgendwie stärker geworden zu sein. Ja, stimmt. Ist mir auch aufgefallen. Deswegen bin ich am Anfang so schnell... Hab ich so viel Schaden bekommen? Ich habe es nicht... Ey... Meine Zunge gerade... Ich habe es nicht mitbekommen. Ja, sie waren bereits mal so stark, aber... Dann wurden sie wieder... Geschwächt. Aber jetzt sind sie wieder so stark. Haha! Was? Hab einen... Einen was? Spieler. Okay. Hihi... Oh, ich hoffe das Panthia nicht... In der Nähe. So, das Ding... Oh... Hochgefahren! Mann! Oh... Ich würde hier so gern warten... Aus Wut... Weil der mir den Abland genommen hat... Äh... Die Ding... Äh... Ich... Anlage... Genau. Ja... Aber naja... Kommt nicht gut... Was hier... Oh... Cycleausbruch! Ja... Bei dir... Wo in der Nähe? Ich kann gerade nicht... Bei mir... Dort wo ich gestorben bin... Okay... So recht weit von mir... Äh... Was würde sich lohnen? Ja... Geh du hin... Nein... Ich meine... Ähm... Kaufen... Im Moment haben auch nichts irgendwie... Hier schwebt wieder etwas... Ich glaube... Ist das Absicht? Nein... Ich glaube nicht... Ah... Bin drin... Habein... Ah... Nein... Das Schiff kommt schon... Was? Das Schiff ist schon auf dem Weg... 1 Newton... Juhu... Okay... Die Zeit ist schnell vergangen... Aua... Was? Wir sind gerade in Führung gegangen... Was? Cool... Ah... Es ist auch in meiner Nähe... Wir brauchen mehr Minerals... Than before... Prospektor... Ich komme auch noch etwas dazu... Haha... Ich glaube das war gerade... Schiff... Ich hab's gegangen... Lange noch... Nein... Nein... Böse... Böse... Roboter... Hm... Böse... 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 Ich glaube, das wird mal wieder geändert. Es gibt zu viele Punkte. Okay, es hat bereits Spiele gehabt. Ich kaufe für kurz noch Sachen. Die Haze, wir brauchen nur noch ganz wenig. Ich habe sie. Du hast die Haze? Ja, ich habe gerade gekauft. Ich komme hier drin, wahrscheinlich nicht an Geld. Doch, bin ich sicher hier zu. Ich glaube, jemand hat gerade... Ah, gut, ich kann sie eben kaufen. Nein, ich bin genau nicht hochgekommen. Nein, ich bin genau nicht hochgekommen. Vor allem ist das etwas doof. Noch 18 Sekunden. Bist du drin? Nein. Ich schaffe es nicht. Ich werde angeschossen von einem Spiele. Ja, da gehe ich rein. Schön, dass du rein bist. Ja, nicht gut. Doch, doch, gut. Ich sterbe. Wie kannst du immer so oft? Ich komme dort oben, Nio. Ja, ich sehe es immer wieder. Du schaffst das wirklich nicht so gut wie nicht auf die Plattform rauf. Ich hoffe, wir sind trotzdem ernst. Du musst jetzt unbedingt den Chat-Pack im Auge behalten. Was? Du musst den Chat-Pack im Auge behalten. Ich weiß. Ich versuche es. Ich bin immer so gestresst. Aber wie soll der erste? Dafür, dass das so ein spezieller Anfang war. Ja, das ist mega. Aber wir sind ziemlich gut. Ich glaube, die anderen hatten auch Probleme.